Liebe Leute, ich bin's wieder. Lang, lang ist es sehr, dass ich ein Video gedreht habe, doch es kommt immer und immer wieder. Ich zeige euch heute wieder ein wunderschönes Hotel, in dem ich abgestiegen bin, weil das Leben kann ja wie jeden Tag Urlaub sein. Guck mal, hier ist das Entree. Also wenn ich hier reinkomme, sehe ich diese wunderbare Suite. Es ist eine Suite. Das ist natürlich schon irgendwie was anderes. Also ein ganz normales Zimmerchen. Das heißt also Platz mit einem bestimmten Thema. Hier. Das offene Bad. Nur, dass du dich schon mal an dein Reichtum gewöhnen kannst. Moment. Und dann geht's weiter. Und weiter. Wunderschön. Wunderschön. Geht weiter. Und weiter. Und weiter. Und wir haben sogar Schnee gekriegt. Guck mal. Wir sind am wunderschönen Aachensee. Also, dann machen wir mal weiter. Mach mit den acht Schritten weiter. Und du wirst sicherlich auch diese wunderschönen Hotels besuchen können. Baba. Alles Liebe. Amen. 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 Vielen Dank.